So, moin Leute, wir sind fünfmal Pre-Made und wir spielen mal ne Runde Aram. Der AK ist mit Nuno dabei. AK, hallo? Hallo. Der Valdi mit RICE. Valdi, yo! Yo, back von Arbeit. Und Panda mit Galio. Und, jo. Panda. Und David, der bei Panda ist mit Akali, ja. Aber den hab ich genuted, weil er sehr komigen Sound hat. Sound, ne? Jo. Ich hab Anivia. Wir haben ein ziemlich geiles Team. Bekommen. Und zwar wirklich alles random. Aber die haben drei Ali-Caries. Naja, schauen wir mal was. No, wir haben einfach kein AP, Galio. Na, ich. Es gibt mal eben vor. Und da geht's los. Ich hol mir den Kelch, Schuhe und Kulitz. Das ist so. Kann man einkommen. Hey, Schild noch, ich muss ihm was gucken. Nein, du guckst gar nicht. Lifestyle und so. Du gehst ja jetzt arbeiten. Ist ja so schwer, ne? Ey, das ist wirklich harter Arbeit, man. Praktikum. Ey, das ist ein Jahresparkikum, ey. Scheiß Wachabitur. Ja, das hab ich auch. Wahnsinn. Aber, also, ist schwer nicht erarbeitet. Wir gestorben noch da arbeiten. Wir müssen stehen und nichts machen, weil es voll schwer auf Dauer. Panne, du bist die Unsersparpare, wenn du da rübergehst. Ich hab mir überlegst, was ich da. Ich hab mir überlegst, ey, was mach ich da. Ich hab mich halbvergibt, wie lange da. Nice. Boah. Hier den Dreck wieder weggepumpt, ey. 2 2 aber ich bin ein Vogel das Spellschild kommt ein bisschen früh weil es ein Ausgabe ich hab äh ich hab äh ich hab äh ich versteh das nicht kann man das nicht erklären ich hab ich hab das bleibt von mir ja klar ey die ganze Karte ist vermutlich kein Geld mehr ich hätte mir zählen ach komm halt ins Maul und zock ich versteh mich oh nein er ist thrashed wie macht die ganze Zeit schon so geiler ja die ist voll Bro voll Bro und Isreal spielt auch AD ja die haben full AD sie haben verloren ja gegen Galio ja ich hab mich geladen um um auch du 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 blöd du ja du 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 das Ich kann voll so die Wand machen und so. Guck mal, hey, kommt keiner mehr durch. Oh, okay. Oh, keiner kommt um meine Range. Die haben Angst vor mir. Komm, kommst du ja hier. Woher haben die Angst? Oh, jetzt kommt. Wow, Team, wie weit ihr, Mann? Team. Team. LOL. Haha. Wie sehen wir uns an Reinhard? Komm, ich kann schon mal compete. Ja, versuche ich. Genau. Hahaha. Ist das schlecht? Ja. Oh, du heizt mich jetzt. Versteht. Den, den, den. Der Kelch reicht voll aus bei mir. Bei mir nicht. Bis das Band durchgeht. Was? Was? Das Band nur, ey. Ja, weil die, die Chance musst du auch nutzen, ne? Ich hab keinen Manner. Ohohoho. Ohoho. 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 Ohohoho. 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 Okay. Ohohoho. Ohohoho. Ich würde gerade schießen. Ohohoho. Denkt, sie sind die Kasse aufgelockt mit ihrem Schild. Ich denke, das ist unbesiegbar damit. Einfach keine Reds, die haben schon... First. Doch. Ich will keinen Manna dafür. Sollen wir die Heal-Teile an? Ja, die Heal-Teile geben auch Manna. Ja. 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 Aber dieser Schild. Früher gab er noch guter Schild. Also gegen Damage. War geil. Supi! Schön mal Back-In-Off. Oh. Doch, weil wir sterben halt nicht. Nein, Wayne! Nein! Da kam die S-Holdie. Panda! Geh da nicht rein. Ey, geh da rein. Geh da rein, wo ich das will. Ich hab eh mein Ei. Boah, geil! So peh, Alter. Hahaha. Das war richtig gut. Das war richtig gut. OP, sag ich da nur. Ist doch nicht schlecht. Ich hab das. Oh, das war schon wieder auf Ancients. Mach der ja voll Schild an, Alter! Mach der nur Abendschraune eine Damage! Ich kann mal dazugucken wie das zu höher geht das ausreichend Oh, ich bin dran Nein! Scheiße! Okay, jetzt kann ich End schon mal weg Das heißt... Abhol Ander geh auch mal weg, das fühlt sich gut an Panda Only for you Los! Geh auch mal weg, das fühlt sich gut an Nein, ich habe 3000 Gold Danke! Ja, ich habe einfach... Oh, die S-Ultigen sind schön vorbei Hier ist auch noch eins Flieg, Vogel, flieg! Juhu! Juhu! Hab dann gleich ein bisschen Warum ist das ein Schaden? Bei uns doch keine Magic exist, schau mal Ja, sehr schlecht Ha! Sein Schild bringt ihm nichts Wow, du wolltest dienen Fuck, du wolltest dienen Du bleibst jetzt mal Haha, nice! Geile Teamarbeit, echt Das war echt nice Oh nein Aua! Der hat dir so einen Arsch rettete Schild, ne? Achso Joa Gut Haha! Geile Alpha, du geil Gleich habe ich auch mein Ei wieder Nein! Ich wollte... Ich habe gerade F gedrückt, aber nein! Fuck! Kommen Loal! Mach sie fertig! Nur eine OP! Like yiat! Oh es gar nicht Kom wir hol mir einfach nochmal AP Ach, es gibt ja gar kein Schutze. Los geht's! Wanda! Sulti! 80 Sekunden. Ich komme. Ich mach kaputt. Wow! Wow, ist das ein Schaden. Ich will doch mal anfangs lachen. Ich hab 4.500 Gold. Ich hab 4.500 Gold. Nein, das ist... Innerflap Ich hab 4.500 Gold. Ich hab 4.500 Gold. Oh, warum hab ich jetzt nichts aktiviert? Ich hab 4.500 Gold. Ah, die Tanks. Ja, wie weit die Range? Ich hab keine Ulti. Oh, Tauer. Nein! Nein! Mein Eid! Ist den Toro! Wie sich das anhört. Schön! Wann ist das Kh conservative? Perfsehen hier, den! Du, 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 du! Du, du-unu, du! ab jetzt kauft und tausend Prozent das ist er ja das ist er ja auch immer wieder sind zu bestellen aber auch über den Weg mehr zurück da und die machen nicht nur bettet werden ja trotzdem so wenig schätze einfach abgeholt wird vieles Junge Magic Cat, hallo wir haben so viele E-Ultis, einfach Magic Cuts auch. Schon. Nein, schon schuld. Fertig war ich. Schön. Oh Gott, das ist eine Puppe. Oh, jetzt habe ich das Angst, dass ich sie. Oh, der Dario ist da. Was weil die macht kaputt? Nein, der darf nicht gehen. Nein, ich kann nur... Stand hier nicht mal immer ein Tower? Fuck. Hey, das war ein Patschler. Wieso? Die haben das reingepatcht und dann sofort wieder rausgepatcht. Ja, das ist eine kacke Warte. Ey, ich hätte davon runter schießen können, warum macht man das was nicht? Haha, was ein Schuss. Loool. Ey, die Wayne will ich da drin töten. Ey, du. Ja auch. Habe ich schon erledigt. Bleib schon. Auch meiner. Ja. Geht's. Ja. Da sind wir uns auch noch. Da sind wir Flachwam. Ja. Da kommt die nächste. Oh, da kommt's mal. Und finish. Ja. So, das war Aram. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Laut rein. Ciao. Ciao, Nigel. Das war Böse Waldi. Victory!